Ah, das Problem ist, ich war ja schon mal mit genau dieser Rüstung, mit 55 Prozent, war ja schon mal bei Diablo. Das reicht nicht. Der würde uns trotzdem runterkloppen, als hätten wir, als wäre mein Akt. Also mit dem Rogue, wer das jetzt hier gerade, ist ja einfach, er ist ja aufbogen spezialisiert. Er bekommt ja auch den Schadenspolstückstheoretik. Das bekommen wir nicht. Das heißt, das bisschen schade, was wir hier gerade machen, ist, äh, eigentlich nicht wahr. Ich bin nicht müde, das klingt nur so. Ich glaube, ich schaue daneben, ganz so zählt. Ja, sieht aus wie Treffer. Ja, sieht schon besser aus, so totmäßig. Oh. Sind wir schon soweit? Wir haben da noch tatsächlich schon den... ein Kreis, um Himmels Willen. Ähm, mal eben kurz speichern. Ich glaube, mit dem Stab bekommen wir dann die Quests, muss endlich schlafen, bis zum Töken. Töne, ich bin überhöht. Ja, ich treffe. Oh, zum. Hmm. Hm. Ich treffe schon gleich. Too much baggage. Zwei haben da nicht identifiziert. Star of Lazomus. Weg damit. Werden wir ihn nicht benutzen. Jetzt weiß ich gar nicht was müssen wir damit machen. Ich glaube wir müssen uns auch bloß zur Cain hochbringen. War doch irgendwie sowas. Aber wir hätten hier das dann um Land zu holen. Also wir dürfen hier auch um Land zu holen. Was ist denn jetzt für ein Volkfest? Da ist jetzt irgendwo ein Posten. Ich bekomme keinen Defektiv mehr schon als normal. Da kommt. Ich wusste immer so. Ein bisschen zu holen. Ach wie viele sind das? Habe ich schon überlegt, aber ich glaube, dass ich diese Richtung echt bezahlt habe. Ich werde hier schon dermaßen gestorben, das geht gar nicht. Ich kann schon fast sagen, ich treffe die Rücken gerade gar nicht mehr, das ist mein Kniem schon immer noch ein Pfeil. Ich habe schon mal die Hellsborns getrennt. So, der ist jetzt auch getrennt, von seiner sterbischen Hülle. So, jetzt könnte ich den Zeichen der wieder mitnehmen. Da lag hier oben hoch. Da liegt er noch. Das darf auf Reflect brauchen wir nicht. Ist ganz witzig, aber gegen Bosse sind los. Das ist jetzt eigentlich. Das kam gerade so. Der war so. Du schade. Das ist irre. Das ist jetzt sehr schwer. So, auf alle Fälle kommst du hier fest. Die Schade ist schon mal schön. Die Schade ist schon mal schön. 15 bis 19. Das ist ja gerade so ein epischer Schwachmuck, wo du musst wirst. Wie viel geht mein Sto? Und zwar so viel. Und wieder bloß ne Bluch. Ah, super, bloß Trinkern. Zwei Trinkern auf einmal genommen. Oh, nein. Fertig, braun. Ja, aber auch. Danke. Du, bitte auch. Jetzt. Ah, muss ich immer erst lange mitbinden. Too much baggage? Hört ich für ein Gerücht? Ich muss ihn dann nach oben. Der kann unten liegen bleiben. Kommt ja nicht weg. Hey Kane, ich hab hier so ein paar hunderttausend Gegenstelle gefunden. Das tut mir nicht gut, für mich erinnert. Während ich mich nicht zu glauben, die ancient legends zu glauben, ich kann nicht sie jetzt. Vielleicht ist es Zeit, um zu zeigen, wer ich bin. Mein Name ist Deckard Kane, der Elder. Und ich bin der letzte Descendant von an ancient Brotherhood war, was dedicated to safeguarding the secrets of a timeless evil. An evil that quite obviously has now been released. The Archbishop Lazarus, once King Leoric's most trusted advisor, led a party of simple townsfolk into the labyrinth to find the King's missing son, Albrecht. Quite some time passed before they returned, and only a few of them escaped with their lives. Curse me for a fool! I should have suspected his veiled treachery then. It must have been Lazarus himself who kidnapped Albrecht and has since hidden him within the labyrinth. I do not understand why the Archbishop turned to the darkness, or what his interest is in the child. Unless he means to sacrifice him to his dark masters. That must be what he has planned. The survivors of his rescue party say that Lazarus was last seen running into the deepest bowels of the labyrinth. You must hurry and save the prince from the sacrificial blade of this demented fiend. Hello, my friend! Stay a while and listen! Wow! What can I do for you? Yeah. Item San. The Sword of Vigor can't go away. The Box of Saucer can't go away. What's in between? We have an interesting shield for us. Nein. Repair. Repair. Moment. Bevor wir das Geld wegschmeißen, einkaufen gehen. What ails you, my friend? Ah, neue Ertränke. Jetzt können wir das Gläser das Geld wegschmeißen. Was? Oh. Was? Der Stab wieder mitgenommen. Oh. Was kommen die denn jetzt mit der Coverliste? Was ist das hier? Da hat sie eben noch einen LS-Bug. Respawn die wieder oder was? So, Level Up! Wunderbar! Mehr Vitalität! Jetzt habe ich wieder 240. Wir haben übrigens jetzt auch wieder Quest. Arsch mit Schlosserus. Wenn man da draufklickt, dann hören wir so mal die ewige Morde-Lug. Die Tieflust. So, die Filchkarte und was? Trefft du das? Ich sehe es nicht? Ich bekomme keine Anbahn, wenn der Stuhl ist. Ach, ist der Visier! Kein Wohl, dass hier so viel schalte, so viel von der Stuhl ist im Stuhl. Kommt. Hat eine Ruhe. Träuches Ruhe. Wobei, so ein Schadenfasen tut das nicht. Was natürlich seine Ruhe hat. Und... Und jetzt ist es auch schon viel, viel... Ach, was ist das hier? Ich kippt tot oben, ihr Ernst! Was ist das hier? Ich kippt tot. Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist doch nur noch möglich. Was ist das? Häh? Keiner, das ist jetzt nur einige, war ich schon ohne die Türen, ok. Ich hoffe, ich soll den von dir noch sterben. Was hat er gefallen? Eine Fullplate-Mail Ich riege mich nicht mehr über Amor 61 Amor Also von Ähnlichkeiten Man hat eben nicht, dass es gecheckt ist